Boah, Kabarett hat jetzt nicht lange gespielt, ne? Das wisst ihr schon, ne? Nein, 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 ich warte. Boah, ich guck, ob die Seinsichtung kommt. Das geht doch nicht. Ich kann das machen, ne? Leider. Yo, ich hab Hände gegatzt. Chobia! Ja! In der Tat. Boah, Kabarett hat jetzt nicht lange gespielt, ne? Wisst ihr schon, ne? Nein, 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 ich warte. Boah, ich guck, ob die Seinsichtung kommt. Das geht doch nicht. Mein Gott. So komisch, aber... Warte, bitte. Ray-Bow-Road mal 8. Ui-ames-Quitor... Ui, Tol. Ach du Sche... Wuuuussch Thema Ich hab' Verlern' Ma' K Alter Genau Genau Und natürlich Du serv's nicht daneben Läuft Hat die das drinne? Nein Luigi Was is' denn mit dir? Was is' denn los mit dir? Was is' denn los mit dir? Alter Luigi, was is' denn, meint? Alter, du bist so voll nicht runter, was ist denn mit... Nice! Ja genau, blöds, ne? Wieder zu stören, ne? Ah! Alter, wie war ich denn schlecht drauf? Also, noch nie in Railroad. Oh! Da haben wir doch das! Aus der DEC 2! Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Oh, du... Welcher Keg war das? Der hat mich runtergestoßen, dieser... Blödkopf. Oh! Ich kontenziere mich nur... Ah! Let's try this new! Was? Zwei Sterne? Seit wann gibt's zwei Sterne? Und welcher Keg hat jetzt die Bombe gelegt? Welcher Geschmack hat hier? Wie kann man machen, ne? Weißt du? Für das ist das Scheiße. Werd euch... Werd euch stehen! Wir könnten aber halt so... euch schufen. Haben wir jetzt nicht? So, mit einer guten Abkürzung. Abgebendet. Vierter Platz. Gut. Gut. Da seh ich paar Deutsche noch am Werk. Oh Gott. Oh Gott. Ich wollte eigentlich nicht die Röhre nehmen. Jetzt hab ich fast geschissen. Nein! Einfach... Nein! Doch! Oh Gott! Oh! Alter! Der hat mich fast... Der hat mich fast... Der hat mich fast genommen. Ich bin jetzt abgezerrt. Hi! Gib mir den Pilz! Pilz! Yo! Noch hier dann! Aber nicht geschafft! Hello there! Nein! Du Keg! Alter! Den will ich auf die... Zelle ziehen. Wenn ich... dich nur in das Baton sehe... Gleich danach... will ich das Tuch hier abgespritzt und einfach nicht auf die Bombe nimmst. Da ist jemand rausgefliegen ist und deswegen der Fehler übertragen geht. Yay! So läuft das. Der Hase. 6 1,5 Stunden später. Ja, so angefangen haben. Mit hier in der Tenno-Kontrolle zu spielen. Bark hat erst so aufgewachsen. Ich bin nicht der aufgewollte Mann. Aber hier ist der Mann. Ja! Also der ist aufgewachsen. Ich muss erst mal gut ankommen. Alter! Ah! Auf geht die Jura! Nö! Yes! Jawoll! Noch einer! Und der Nächste! Jawoll! Dankeschön! Ich möchte eine Anzeige erstatten. Wegen Betrugs. Oh Gott! Die Kurve! Alter! Menschlich gesehen ziemlich abstoßen! Komm schon! Hello there! Nein! Boah! Nee! Das ist nicht dein Ernst! Spasti! So gleich mal... Mach mal! Der hat mich noch nicht... Die Füße! Nein! Das war aber bei dir. Ja! Von Bacon aus! Oh! 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 Ich bin mal der Unterfalle! Aaaaaaah! Hör auf unterzufallen! Ich mach raus! Wow! Du! Aaaaaaah! Nein! Boah! Mario! Geh mir weg! Geh mir weg! Oh! I lost! Du blöder Hund! Komm schon, Alter! Grüß dich, Grüß! Wow! Hohoi! Da hab ich schon fäll'n! Raus! Aber ich bin nicht runtergefallen! Schweier! So, jetzt hab ich mich schon, jetzt hab ich schon! Guck's, dass der Blitz heißt! Wunderbar! Schön! Yes! Jetzt kann ich mal lösen! Komm! Hoin! Pulli! Mario! Oh! Als ob das jetzt weniger sind und ich wieder so schlecht bin! Das gibt's doch gar nicht! Maaaan! Was kannst du eigentlich? Nein! Was? Ich seh' keinen Hiss! In der Tat! Danke, jemand, dass der mir jemanden rutscht! Nein! Wieso? Er hat dir die Banane gelegt hier! So, jetzt reicht's mir gleich! Eigentlich ist ja ausgebaut! Nicht überhaupt! Nein! Ich wollte! Ich wollte da Seite kommen! Aber leider kam der doch erst an! Er ist erwartet! 2 Sterne! 2 Sterne! Als ob jetzt 2 Sterne! Bitte war aber keinem guter Dank! Da kommt ja was! Nein! 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 Ah! Was? Halt die Schnauze! Niemand von hinterher kommt! Ja! Hallo! Geh! Hinter mir her! Voll! Alter! Wie viel blauer Panzer kommt hier! Hallo! Ja genau! Alle überholt! Ne! Ne! Es geht! Ne! Es sind ja schon viele! Das ist schon! War echt lustig! Der ist fertig! Nein! 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 Und! Blech! Ich bin Blech! Ich bin Blech! Gerade Röhrein wird mir das echt ein Zerbel geben ey! Ich sag nur Aua! Aua! Sag mal! Was stimmt mit dir nicht? Mann! Alter! Wenn mich jetzt jemand noch einmal... Boah! Ich schlag den jeden! Zweiter! Uuuuh! Das ist gut! Okay! Das gibt es! Zweiter ist nun besser! Nice! Vierter! Oh Gott! Alle! Alle kommen in die Ecke rein! Was ist das? Begrünscht! Ja! Geil! Ah! 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 Was ist das? Echt! Scheiße! Die schlägt's nicht ernsthaft wie die Back rein! Ist das schlecht! Schlecht gemacht von mir! Schlecht mich am Arzt! Ich lass dich sagen! Was?! Ne! Stopp! Neh! Ah ah! Ich seh das nicht ein, nein, 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 ich will das nicht. Ganz ehrlich, das hab ich gegeben. Weißt du, leck dich doch im Arsch, weißt du. Nee, ganz einfach, ich will gewinnen! Nein! Nein! Nee! Nein! Einfach nur nein! Ja! Nee, tschüss. Komm schon raus. Das kann ich nicht. Verlasse jetzt diesen Raum und komme nie wieder zurück! Boah, Alter, das ist nicht passiert, ne? Ich wollte durchkommen und dann lande ich in die... ...Wand. ...Fick dich mal, Kat. Ganz ehrlich. Nee, eigentlich fickt euer... Nee, ich sag gar nichts. Ich bin ruhig. Ganz ruhig. Ähm, wie kannst du ruhig... Hast du nicht gesehen, was da war? Nein, nein. Ich muss ganz ruhig sein. Also bevor ich hier nicht... ...richtig zicke, weil... Ich hab ja oben sowieso... ...gerade hier Familie... ...hier mit nem kleinen Gehen. Deswegen darf ich eigentlich nicht ganz schreien. Ähm... Ach... Thank you very much. Hier könnt ihr... ...auf den Links... ...hier... ...die letztlichen Videos... ...und die Playles anschauen... ...und die Rechten... ...die... ...abonnieren... ...und die Glocke aktivieren... ...um keine Videos zu verpassen.